Guten Tag. Interessiert dich nicht die Bohne? Sollte es aber. Das geht raus an alle Jungproduzentinnen und Produzenten, die mit einem 50-Euro-Interface und einem 30-Euro-Mikrofon Musik machen. Und für diese Dienste sogar noch Geld nehmen. Euch allen sei gesagt, bravo. Denn jede und jeder fängt irgendwann mal an, macht Fehler, lernt und wird dadurch immer besser. Und damit man wachsen kann und sich irgendwann mal auch besseres Equipment kaufen kann, braucht man Geld. Deswegen bietet eure Dienstleistung, es sei denn, ist es im Freundeskreis, nicht umsonst an. Seien es am Anfang erstmal 50 Euro, packt ihr in eine Spardose und irgendwann könnt ihr euch besseres Equipment kaufen. Denn Kunst und das Erstellen von Kunst ist nicht umsonst. Und damit ich weiter wachsen kann, wäre es schön, wenn ihr mir folgt. Abonniert mich, macht mich reich und berühmt. Und zu guter Letzt, seid bitte lieb zueinander. Es ist nämlich eigentlich ganz einfach, kein Arschloch zu sein. Bis dann. Ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020